Seit seinem Erscheinen im Jahr 2004 hat sich der BMW X3 zum Bestseller gemausert. Doch seit einiger Zeit gerät der X3 durch den kompakten X1 und den VW Tiguan unter Druck. Mehr Luft soll jetzt die zweite Generation schaffen, die am 20. November 2010 auf den Markt kommt. Um den X3 vom kleinen Bruder abzugrenzen, wird das neue Modell gleich 7 cm länger. Mit 4,64 m ist es nun etwa 20 cm größer als der X1. Das Design wird etwas rundlicher, doch die Scheinwerfer bleiben eckig. Nun findet sich auch im X3 Innenraum das aus den meisten BMW-Modellen bekannte iDrive-Bediensystem. Das Kofferraumvolumen beträgt 550 bis 1600 Liter, legt also gegenüber dem Vorgänger etwas zu. Zum Marktstart stehen gerade mal zwei Motorisierungen bereit. Im X-Drive 20D arbeitet die neue aus dem 3er bekannte 184 PS-Version des 2-Liter-Diesels. Wesentlicher als die geringfügige GPS-Steigerung ist die Verbrauchsenkung von 6,5 auf 5,6 Liter pro 100 km. Wie bisher ist beim X-Drive 20D eine 6-Gang-Schaltung Serie. Auf Wunsch gibt es statt der 6-Gang-Automatik nun eine mit 8 Gängen. Dass eine Start-Stopp-Automatik für den Handschalter Serie ist, ist nichts besonderes mehr. Aber erstmals gibt es die Spritspartechnik auch in Kombination mit der Getriebeautomatik. Stets mit Automatik ausgeliefert wird der X-Drive 35E. Der Benzindirekteinspritzer mit Twinscrawl-Turbo und 3 Liter Hubraum leistet 306 PS. Alle X3 verfügen über Allradantrieb, ein Hecktriebler wie beim X1 ist nicht in Sicht. Das Fahrwerk stellt eine neue Entwicklung dar. Außerdem wird erstmals eine elektromechanische Servolenkung eingesetzt. Optional ist eine adaptive Stoßdämpferregelung erhältlich. Die ebenfalls aufpreispflichtige Performance Control bremst in schnell gefahrenen Biegungen das kurveninnere Hinterrad ab und dreht das Auto so in die Kurve hinein. Das sonstige Extra-Angebot reicht von einem Panoramaglasdach über eine automatische Heckklappenbetätigung bis zum Head-Up-Display. Die Preise für den neuen X3 wurden noch nicht bekannt gegeben. Messepremiere feiert das SUV auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2010.